Gaspung Guten mal da natürlich und wünschte dir dass es trio neues Projekt Nämlich Neular Super Mario 벌os 2 ja warum diese spiel jetzt Es ist ein Hack von neue transparency steht auch unten der 2009 rausgekommen ist und das Newer Team hat jetzt 2013 das Spiel rausgebracht. Und warum zur Hölle machst du grad mal einen schönen Tillscreen hier weg? Ne, ne, noch nicht gespoilert, ich will die Level noch gar nicht sehen. So, warum ich jetzt noch einmal spiele? Ja, weil mir jemand eine Nachricht geschrieben hat, dass es Homebrew für Wii gibt. Homebrew ist selbst gebraucht, das heißt eigene Programme und ja, so hat er mir dann einen Link geschickt von dem Spiel und man muss einfach nur Letterbomber, so heißt das machen, ohne überhaupt noch was auf der Wii zu installieren und so kann man dann das Programm Revolution starten, wofür man Revolution braucht, Systemmenü 4.3, das Originalspiel und den Patch auf der SD-Karte und fertig ist die Sache. Und ja, wir haben die ersten zwei Levels jetzt angespielt, es wird auch jemand mitspielen, der stellt sich aber auch gleich erst vor, also wird ein Together Together zum ersten Mal hier. Und ja, ich hoffe das gefällt euch, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, also viele haben diesen Hack auf jeden Fall gehypt, ich habe jetzt auch alles mal nachgelesen, war glaube ich auch drei Jahre lang eine Entwicklung, ja, das ist schon heftig. Und ja, es gibt auch einen Regi Level Editor, damit kann man eigene Levels bauen. Falls ihr mal Interesse habt, irgendwelche Levels für New Mario Bros. Wii zu bauen, ich packe mal alles unten in die Beschreibung, auch die Seite, wo ihr den Hack downloaden könnt, weil es gibt noch andere Let's Player, die auch schon alte Hexen, habe ich gesehen, gemacht haben, aber nirgendwo erwähnt, wo man es runterladen kann, aber bei mir kriegt ihr einfach alles. So meine Genossen, also schön in Farbe und und würde ich sagen, Newer Super Mario Bros. Wii wird gestartet und ein Stück gemacht 2. Press 2 to start. So, ähm, da ich ja sagte ein Together, bin ja nicht nur ich da, sondern ein guter Kollege, wir nennen ihn mal, oder ihr Genosse, wir nennen ihn mal Bert. Hallo Bert. Hallo Mr. Consumonso. Oh, das ist immer super schön. Ich bin der Bert, vielleicht kennt mich noch der eine oder andere aus einem älteren Let's Play vom Mr. Consumonso, was leider gelöscht wurde. Wo wir uns ein bisschen tot gebattelt haben und ein bisschen, ein bisschen Action gehabt. Zu viele Beleidigungen. Ja, deshalb vielleicht auch. Und Craft Astroik und so. Vielleicht deshalb wird es gelöscht. Hallo Genossen, spielen wir gerne. Hallo Genossen. Spiele ein gutes Spiel jetzt. Spiele ein gutes Spiel. Ich alter Hase nix bla bla. Alter Hase nix bla bla. Mein Name ist Jack. So, New Player. Wir spielen zu zweit. Warte, warte mal. Eins, zwei. Ja, zu zwei. Ja, zu zwei. Gute zählen. Rechne gut in Russland. Gut zählen. Ich will mal. Ich muss den anmelden. Ach, anmelden. Ja, ich mache, warte mal. Plus. Plus. Eins, zwei, together. Ich kann Englisch, guck mal da unten steht. Machst du. Ich mache, aber... Warum machst du nicht together? Gerade mal, du musst ein bisschen warten. Sorry Leute für das Warten, aber... Daumen hoch für deine Intelligenz. Deine ganze Schlauigkeit. Meine Schlau... Was Schlauigkeit? Ich dachte immer Schlaulichkeit. Mach jetzt. Hab ich doch schon. Was soll ich noch bloß sagen? Ich bin Luigi, Digga. Ich bin Luigi. Ey, muss ich Digga Mario sein, oder was? Ja, passt doch. Wie im echten Licht. Hehehehe. Heiß voll. Pssst. Ne, keine Kraftauszüge. Hier jetzt, pssst. Intro. Guck du Opfer, bist voll traurig. Boah, ich bin Opfer. Mario und seine Freunde sind auf Yoshi Island gelandet. Und es hat nicht lange gedauert, dass Prinzessin Peach schon wiederentführt wird. Und es, äh, sieht so aus, als ob es boser war. Mann, die Story ist ja noch besser als in anderen Yoshi. Das gab's noch nie, dieses Innovative. Ne, das ist auch wieder cool. Guck, weil du fast abgestürzt bist hier, hat ich sie weggegangen. Meine Bitch, ja, die Prinzess Peach. Peach, Mitch, Bitch. Mitch, Bitch. So, jetzt guck mal, Effekte. Okay, eine komplett neue Overworld. Yoshi Island. Wir haben null Star-Coins und, äh, gedöhnt. So, gehen wir ins erste Level. Und da haben sie direkt mal hier den Luigi aus der Overworld drauf. Palmenstrand. Palmenstrand. Oh, Palm Beach. Ja, dich gibt's nicht. Oh, guck mal. Oh, wie viele Effekte hier sind. Oh, 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 oh. Oh, oh, tut mir leid. So, also ich bin der Dicke hier, der, äh, voll schlaggeile italienische Kleppner mit Vollbart. Und ich bin hier der richtig gut aussehende, dünne, grüne, braun gebrannte Luigi. Braun gebrannt. Dankeschön. Beachte mal oben die schöne Sonne, die Effekte da. Oh, sexy. Also ich wette hier auf Yoshi Island, da gibt's bestimmt Yoshi. Hey, guck mal, ich bin hier in der Bird. Das erinnert mich so ein bisschen an dein altes Video. Oh mein Gott, wir kriegen Münzen. Ähm, ich weiß nicht, wie's hier ist, aber ich finde es immer sinnlos Münzen einzusammeln, weil man eh genug leben kriegt, aber ich weiß nicht, wie das hier hin ist. Nein, wir müssen die Geikind spielen. Äh, nein, der heißt jetzt Dom Tendo. Dom Tendo, toll. Der sagt immer, er will keine einsammeln, damit sieht trotzdem ein. Aber ist auch egal. Ohpala. Ups, es tut mir voll leid, ey. Ja, toll, jetzt muss ich, ja, guck du. Ja, ich komme hoch, guck mal. Das Fett zieht mich hoch. An die Gravitation und so. So, Moment, ja. Ähm, der Hack bietet auch 128 neue Levels, ein neues Item und äh, ganz viel Aski-Hacks. Aski-Hacks sind sowas, ah, wie kann man das beschreiben? Es gab auch schon Super Mario World auf dem, äh, Super Nintendo, die Hex. Ähm, selbst beschriebener Code so gesehen, dass man zum Beispiel eigene Endboss und sowas einfügen kann. Das sind eigene Skripte, die man einfügen muss. Hä? Ach, du Idiot, du bist einfach nur runtergefallen. Scheiße. Ich dachte, er hat so den ersten Bug gefunden, ey. Ich sag mal was, ja, was. Und da sind auf jeden Fall auch ganz viele drin, ja. Bug? Nein! Oh. Diese Code-eigene. Jetzt spiel mal ordentlich, nerv dich nicht. Okay. Ähm, mir ist das Mikrofon voll im Weg, ich konnte da nix sehen. Und da war grad wieder so voll cooles Sound-Effekt von Dino. Wie ne Altmanagelix Werbung. Bling, Bling, Bling! Oh! Und Blingwatch! Deswegen hast du mir die Wiegel gekauft. Du auch, oder? Ja! Es war... Nur deswegen! Weil das so innovativ gewesen, da war mir immer schon immer die Wiegel in den Arsch stecken, da kommt nichts zu Col... Oh, ich hab schon wieder was gesagt! Scheiße! Hier ist ne Feuerblume, komm mal! Geh, schruzt sie an dich! Im Face! Mhh! So, Markus! Tschüss in der Face! Mhh, tschüss in meinem Face! Und die Parts werden auch erstmal immer nur 10 Minuten lang. Ähm, warum? Ja, weil ich auch viele, viele andere Projekte habe, wie viele von euch. Oh, Alter. Ich bin der dicke Grüne... Nee, dünne Grüne. Das ist einfach für uns, mehr Parts zu machen und nicht zu viel hochladen zu müssen. Letztendlich. Geh? Irgendwie so. Er ist einfach nur zu v mehr aufzunehmen. Nöööö, als ob. Du musst ja nicht rennen und hochladen, du Arsch. Ich weiß. Nur spielen ist auch loggerflogisch. Sluggerfl... Ich hättest grad zwei Dähnchen. Zwei Laben. Oh, wir haben einen Sternen. Sind wir gut? Wir sind gefeuerte Bringer. Bei dem ersten Level. Wie empführen wir das jetzt schon? Keine Ahnung. Stimmt, wir sind... Hau mit. Okay, also sagen wir mal, wir schaffen zwei Level pro Part. Nein, das kriegen wir hin. Wir sind immer noch im ersten Level. Ja und das kriegen wir hin. Wir sind immer noch im ersten Level. Ja und das kriegen wir hin. Wir sind immer noch im ersten Level. Sind noch erst sieben Minuten. Wir haben auch den Anfang hier gebabbelt mit dem Intro. Wir schaffen da locker 10.000 Levels. Pro Part. Pro Part. Pro Part. Das machen wir. So, Upgates. Für ein Leben hier. Ich glaub, man kriegt hier einfach ein Leben. Nee. Erste Level, drei Leben. Ähm. Los, klappt. So, irgendwie klappt das. So ein bisschen. So. Gehen wir da oben nochmal hier zu, ähm. Zu Yoshi Haus. Yoshi Haus. Yoshi Haus. Das sieht aus wie bei Mario World aus, ey. Yoshi Haus. Das ist schon schön gemacht, die Effekte. Das muss ich schon sagen, auf jeden Fall. Boah, das sitzt voll. Okay. Warte mal, kann man nur umso nicht hin? Komm mal her. Hört nochmal. Umso ein Geheimnis oder so. Also, das soll man so machen. Das ist vom Spiel so gewollt. Nein, klappt nicht. Wir gehen mal weiter. Warte mal, ich hab nen Trick. Mach mal so. Oh. Jetzt springst du doch die ganze Zeit. Oh. Oh, Mann. Take me. Okay, hier sind vier Röhren. Und da oben geht's in die Hand. Komm. Komm her. Komm her. Happy Holter. Naja, okay. Warte mal, sind das nicht so wie bei Mario World, diese Schalterkacke? Stimmt. Das Ding. Es gab doch bei Mario World, gab's noch bei Mario World diese, diese, äh. Schalterpaläste. Schalterpaläste, genau. Okay, gibt's wahrscheinlich wieder auch. Kann man erwarten bei dem, bei dem Asgierhug. Okay, der hackt sich schon heck. Oh, Asgierhug, voll geil. Also Leute, lad's auf jeden Fall runter. Ich, äh. Muss sagen, das ist schon echt geil. Wir haben das erste Level gespielt. Ne, wir spielen jetzt die auf Schießwälder. Oh. Wut. Ja, okay, kann man so irgendwie übersetzen. Mhm. Hey, lauf einfach jetzt. Okay. Warte, wir müssen stark rein. Hier rein. Wow, toll, wie sinnvoll. Die müssen das Spiel auch irgendwie auseinanderziehen. Das machen die extra, mein, mein schöner Part zu lange wird. Oh, nein, geht's nicht hoch. Du musst, mann, du musst so, du musst so arbeiten, dass alles schnell geht. Der eine steht, der andere geht. Dann hätten wir trotzdem auf dich warten müssen. Weiß dauert. Ja, ich hab's halt eine Sekunde, hätte das. Guck mal, das sind Effekte. Ach, das ist schon beim Originalen? Ich glaub nicht, ja. Keine. Oh, du Wichser. Na. Du Blödian, mein. Du doofi. Du doofi, ey. Du bist voll das Arsch, ey. Warte doch mal auf mich, du fetter Klempner. Das bist du doch. Nein, ich bin voll schlank. Ich hab schwere Knochen. Hier. Geh mal vor, du hast ne Feuerblumen. Ja, warte. Ja, sag's nicht vor. Da, unten. Geh mal hin. So. Muss mal gucken, ob ich hier was will. Aber, sagen wir, komm, wir machen den ersten Part, ich zähle gleich 10 Minuten, wir machen den 12 Minuten, damit wir das Level noch fertig machen, oder? Ja, das schaffen wir. Zwei ja durchs Intro und so zusammen. Also Leute, wenn ich immer 10 Minuten noch mache, der 12 oder so, ist halt je nach Level. Das wär gut dabei. Komm, machen wir das Level noch fertig und dann. Machen wir das Level noch fertig, dann. Und, wir haben das Level noch fertig, dann. Wir haben eine schöne Münchenanzahl. 69! Und, wer nicht weiß, was wir 69 meinen, ist es eine Sexstellung, daher der lustige Wirt. Lustig, lustig. Tja, 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 tja. Oh, was sagst du jetzt? Das kam mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber nicht, von wo das ist. Oh, es sterbt doch nicht schon wieder. Jetzt warte, warte. Oh, ich wollte gerade sagen, ey. Ich hoffe, das ist richtig. Guck mal, unsere Lebenanzahl. Okay, wir müssen beide töten. Uh, guck mal, die haben hier Dinger eingebaut, dass man erst alle Gegner besiegen muss, bevor die Blöcke zerstört werden. Wir sind Terroristen. Guck mal, unsere Lebenanzahl an. Nein, die Lämpfe. Kommst auf Ideen, das glaub ich ja nicht. Aber du mit deinen 69. Ey. Uh, guck mal. Das war mir so klar, ey. Das war mir so klar. He. Merkt euch, Bert ist der beste Spieler auf der Welt. Eiserfels, 10-10. Oh, 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 scheiße. So, da haben wir das Lever hier schon im Fehlerunzen. Uh, ist unten auch ein Shop. Da gucken wir aber nächstes Mal vorbei. Also, wenn euch das Video gefallen hat, einen dicken Daumen bis zum Himmel nach oben. Uh. Und wenn ihr ganz gut seid, wie gesagt, ganz viel kommentieren. Und auf jeden Fall Empfehlung. Lade euch den Hack runter. Er ist hammermäßig geil. Gut. Was soll ich auch noch sagen? Haut rein. Und bis zum nächsten Part. Euer Konsumonso. Und, äh... Euer Bert. Euer Bert. Euer Bert. Euer Bert. Euer Bert. Euer Bert.